Herzlich Willkommen Leute zu einer weiteren Folge Cluedo und heute haben wir einen vollen Tisch. Mit dabei ist wieder Schlitz Ohr Nils, Detective Kunran, Neuling Tau Tau, die flüssige Ente, der schlechteste Detective Badosch und Mr. White. Der Mordfall, der wurde schon wieder hier zu den Akten gelegt, den werden wir noch rausfinden und ich bin, ich hab die weiße Figur, du Bobo. Du bist jetzt am weißen. Das war ein deutscher Versprecher, das kann immer was sein. So, ich hab mir die Einleitung 15 Minuten ausgesucht. Wir haben schon ausgewürfelt, ich fang an und hier seht ihr gleich meine Karten. Es bleiben diesmal keine Karten über. Na acht, damit komm ich doch sogar mal weiter als sonst. Das war ein Ziel, das stimmt. Du musst jede Stufe einzeln nehmen, ne? Du musst jede Stufe einzeln nehmen. Da komm ich doch mal woanders hin, wo man sonst nicht hinkommt. Oder auch nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, das war schon mal gut, ja. Wohnen. Oh, oh, wohnt. So, ich zeig euch mal hier meine Karten, Leute. Ich hab diese Waffe und die Waffe und die Waffe. Achso, ja. Alles klar. Drei Personen hat er da. So, haben wir wieder schauen. Also er hat keine Waffe auf der Hand, alles klar. Ja, hab ich schon mal weggegangen. Jetzt, jetzt, jetzt. Das war... Ach ja, und was du noch nicht weißt, wenn ich zum Beispiel, ich frage ja jetzt nach dem Mord, ja? Also ich frage ja, was Sache ist. Und ich, wenn ich jetzt frage, ob du, also grün bist du, ne? Wenn die grüne Figur der Mörder war, ziehe ich dich in den Raum. Das heißt, deine Runde fängt dann auch ab hier an. Okay. Ja, nur, dass du Bescheid warst. Du kannst auch Leute damit abfacken, die einen sehr weiten Weg gehen. Aber ich frage nach Mr. White mit der Knarre im Wohnzimmer. Und jetzt wird erstmal Nils befragt. Nils, weißt du, ob Mr. White im Wohnzimmer eine Knarre benutzt hat oder nicht? Ich seh nix, ich hör nix, ich weiß nix. Undra, weißt du, ob Mr. White im Wohnzimmer eine Knarre benutzt hat? Weiß mit dem Wohnzimmer? Ne, noch nie von gehört, glaube ich nicht. Pau, tau, hast du Mr. White das Wohnzimmer oder die Knarre auf der Hand? Wenn ja, gib mir eine Karte davon verdeckt. Ich habe nichts gesehen. Was ist denn hier los? Alles nur was. Ich geb dir da mal einen Hinweis. Mit der Knarre. Aha. Ah, ich zieh mir das hier rein. Ah, das war schon krass. Hab ich mir gedacht. Krass. Alles klar, jetzt mache ich hier mit Notizen, was ich mir aufschreiben werde. Ja. Hast du endlich der Mr. White gefunden oder was? Ich hab hier einiges jetzt an Notizen. Ich schreib gerade Bestseller. Ja, ich hab hier auch schon wieder total bescheuert aufgeschrieben. In der Zeit kann Dingens gerne weitermachen. Dann ist der Nils. Ich kann allerdings immer noch nicht ziehen, das heißt, ich würfel einzeln. Du bist ein bisschen behindert. Ich hab dir, ey, was hast du eigentlich heute für ein Problem? Wir spielen noch gar nicht Call of Duty. Tau, tau, heb mal den Würfel raus. Den Witz hast du letztes. Hier, den musst du neu würfeln. Hier, hier. Danke. Den Witz hast du letzte Clare-Defolge auch schon gebracht. Mit 10. 10. Schmeiß das Ding einfach direkt vom Tisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Habt ihr gesehen, wie er gezielt nicht in Speisezimmern gegangen ist? Ja. Ich sage, ich sage, in der Küche war es der gute Mr. White. Wieder der, ne? Mr. White. Mit einer Pistole, das will ich noch mal sehen. Küche. Küche, Mr. White und Knarre oder was? Kundran, weißt du da was? Keinen Plan von. Tut mir leid. Tau, tau. Die restlichen Gruppen wurde gerätet. Ach so. Kein Schimmer. Ich hab da vielleicht was für dich. Lass mich mal schauen. Erstmal alles umdrehen. Nehmen wir den, den oder den. Was willst du haben? Ich glaube, das ist kein Schimmer. Ist halt nö. Absolut nicht. Ja, da was ich mir hier für Notizen aufschreiben. An die Zuschauer, dadurch, dass der Notizenmark-Ingame ja nicht funktioniert, könnt ihr gerne miträtseln. Also, rätselt richtig schön mit und schaut, ob ihr den Fall vorher lösen könnt. Danke, da. Oh, nicht vom Tisch schmeißen, bitte. Nee, bei dir doch nicht. So, so, Alter. Liegt mit dir, wusste nix. Das ist ja schon verdächtig. Ja, ne? Gar nicht. Gut, kommt ran. Ja, könnt ran sein. Moment, 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 Moment. Was hat der Dardos denn parat gehabt? Das geht gleich schon. Nils, ist der Revolver auf dem Bild 3D gewesen oder ist das so ein billig Hardware gewesen? Vielleicht dir doch nicht. Aber er weiß es, er weiß es. Er sagt es dir noch nicht, hat er gesagt. Ich würde das nur mal wissen. Ich sehe viel, wenn der Tag lang ist. So, ähm, was bin ich? Ich bin orange, ja, ich ändere mich. Wo komme ich denn mit einer 7 hin? Da hin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In den Hof komme ich. Da komme ich rein. Hier oben komme ich nicht hin. Ach komm, gehen wir mal in die Garage. Und, was möchte ich denn mal schönes wissen? Ich möchte wissen, ob es war, Gloria? Haha, tschüss Nils. Gloria. Da hätte er eh gleich hingehen können. Ähm. Und wir bleiben mal bei der Pistole. Also, Gloria mit der Pistole in der Garage. Die Frage bringt eigentlich nur gezielt Kunden an was, Leute. Da weiß einer was. Oh, da weiß einer was. Ich habe da was gesehen. Ist klar. Ich bedanke mich recht herzlich. Ich bedanke mich recht herzlich. Das, was ich mir aufschreibe, ist, braucht später so eine Jura-Arbeit, um das so zu entschlüsseln. Wahrscheinlich. So, ich habe hier die dicksten Infos. Ja, aber, um das zusammenzusetzen, das Puzzle, brauchst du das, musst du studiert haben. Ich fange auch schon an, in der Mitte zu schreiben und überall. Ihr habt hier einen Psychologen am Tisch sitzen, Freunde. Psychopath, meinst du? Davon auch. Davon hast du auch. Wir haben auch einige Fälle, die ich bei mir so in der Klinik habe, hier am Tisch sitzen, glaube ich. Okay, Taudor ist da dran. In deiner Klinik? Achso, ist das schon. Taudor, hol dir die Würstel. Echt, ich bin vorbei. Nee, hat noch keiner gelöst. Nein, eben doch, also, so wie, einer was weiß, ist die Runde vorbei. Ja, genau, wenn einer was weiß, ist es vorbei. Das ist auch eine wichtige Info. Oh Gott. Aber hey, mit der zwei komme ich ins Wohnzimmer? Nee. Ah, nee, stimmt. Wie kommst du nicht? Kommst du nirgendwo rein? Du kannst dir maximal eine Eins-Karte holen. Ja, dann hol eins, zwei. Dann hol ich mir hier die Ereignungskarte. Die habe ich dir hier gegeben. Die ist bei dir drin. Kannst du mal umgehen? Ja, das stimmt auf. Musst du sie direkt spielen oder nicht? Surrender. Nicht vorlesen, was da steht, aber nur, ob du sie spielen musst oder nicht. Ah, okay, okay. Also, ich darf nochmal ziehen und die kann oder kann sie sofort aus? Also, dann nochmal wirf. Nochmal eine Karte ziehen. Was stand da denn drauf? Ein Ziehen ist, glaube ich, Ziehen im Sinne von die Figur. Ja, Nummer-Bögen. Ja, genau. Du darfst nochmal ziehen. Eine Karte macht keinen Sinn. Dann würde die Karte doch gar nicht drin sein. Ja, das stimmt. Dann spielt die Karte mal die Lübbenfülle an. Acht. Ne, acht. Dann gehen wir mal ins Wohnzimmer. Weil das geht sich locker aus. Wir hatten doch ein Wohnzimmer. War Mr. Blue? Da muss man viel lernen, Leute. Wohnzimmer, richtig. Mit der Pistole. Ja, ich weiß es nicht. Wir wissen es auch nicht. Aber wir wissen auf jeden Fall etwas. Die Pistole liegt, wo liegt sie mittlerweile? Liegt sie, hat er reingelassen. Ah, ich schaffe das schon. Okay, Liquid, weißt du, ob der Blaue mit der Pistole im Wohnzimmer was verbrochen hat? Jetzt sag nicht nein. Lass mich mal ganz kurz überlegen. In welchem Zimmer? Im Wohnzimmer. Eventuell habe ich da was gehört. Einmal die Karte angucken. Und dann wieder umdrehen. Und wieder zurückgeben und abhaken. Blauer Ports, oder? Ja. Äh, ja. Ports erladen. Ports. 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 Gut, hast du deine Notizen gemacht? Äh, weiß ich nicht. Äh, weiß ich nicht. Ich muss hier schon wieder nur... Ey, dann habe ich das so souverän und flüssig. Lüge wird hoch. So souverän und flüssig habe ich da direkt da rausgeschossen. Da merkt man mir gar nichts an, ja? Ich muss meine... Was hast du seit fünf Minuten überlegt? Den Hof nehme ich mir. Schon bevor wir angefangen haben. Was ist denn im Hof jetzt passiert? Ja, im Hof gab es auf jeden Fall Dolch-Action. Mit der Schlecherei, ja. Ja. Und wer? Und, ähm... Ja, wer, das ist auf jeden Fall ganz klar, äh, der Kollege Weiß, ja? Also, die Frau Weiß, aber, äh, ist er da gut. Komm mal rüber. Wo ist denn Weiß, Alter? Küche. Oh. Die Frau Weiß gehört in die Küche, eindeutig. Ja. Aber weiß der Dardosch da jetzt was? Oh. Oh. Was? Hast du Nein ge... Doch, du hast eine Karte gegeben, oder? Wer weiß. Das habe ich mir tatsächlich so gedacht, aber deswegen war ja auch die Frage. Na klar, hast du dir das gedacht. Ja. Na, ist klar, das ist eine wichtige Info gewesen, ja? Brennt das oder gilt? Was für was zeigt es denn an? Hat nichts angezeigt. Nee, hat eine 6 angezeigt. Hat eine 9 angezeigt, oder? Ja, das ist nochmal eine 9. Hm, wo gehen wir denn mal nicht hin? Ach, dadurch wurde tatsächlich nicht bewegt in der Zeit. Doofe Frage. Nee, keiner verspricht. Aber, ah, nee, ich glaube, die Frage darf ich nicht stellen, nee, ist zu doof. Ja. Ende, Leute, blende ich meine Notizen ein. Und dann könnt ihr darüber lachen, ey. Ist es möglich, dass jemand, ähm, dass jemand drei Waffen auf der Hand hat? Theoretisch ist das möglich, klar. Natürlich auch nicht. Wer hätte sein können. Ich weiß ja, also, ich sehe das ja nicht, wie du verteilst. Ich glaube, in einer Runde hatte ich schon mal drei Räume. Okay. Also, ist auf jeden Fall möglich, ja. Äh, ich glaube, im Spiel ... War das ernst gemeint, oder? Nee, das war ernst gemeint. Die Karten werden, also, es wird erst der Fall ausgewählt, mit jedem, von jedem Stapel eine. Dann werden alle Karten zusammengetan und auf alle Spieler verteilt. Das heißt, du kannst drei Räume, drei Waffen oder drei Personen kriegen. Gut, okay. Ich sage ... Äh, äh, wo seid ihr denn alle? Ach so. Ich sage ... Gloria. Ist doch die rote, ne? Gloria. Wie sieht man scharf aus, eigentlich? Mit dem Seil im Spielraum. Na, da, du? Ach, äh ... Gib mal deine Karte hoch. Spielzimmer ist das, oder? Spielzimmer? Spielzimmer? Ja, äh ... Hallo, wie sieht euch denn was? Äh, äh, ich hab da ... Keine Ahnung. Da weiß ja nix. Keine Ahnung. Da haben wir echt nix zu tun. Weiß auch nicht, wie man auf so eine bekloppte Idee kommt. Grund ran? Ähm, sei Gloria Spielzimmer. Äh, nee, keine Ahnung. Tut mir leid. Aber Tautan gibt mir was. Ja, wo bist du? Ja, genau. Ja, leg einfach rein. Ja, dankeschön. Alles klar. Ich leg sie dir hin, nehmen sie wieder mit. Mhm. Dankeschön. Ach, jetzt ... Ich glaub, weniger Notizen sind besser, ey. Das ist viel zu komplex. Das kann man auch nicht glauben. Ich muss mir ... Ich hab mir das am Anfang so schön ausgedacht, wie ich ausschreibe. Und hab jetzt direkt in der zweiten Runde gemerkt, nee, das war scheiße. Ja. Ich versuch das gerade zu retten, aber ... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Boah. Ich bin noch nicht in der Küche angekommen, aber ich bin fast wieder da. Ich muss da nämlich noch eine investigative Frage stellen. Und zwar möchte ich wissen, ob ich mit der Knarre im Speisezimmer unterwegs war. Nils. Moment. Weiß, Knarre ... Äh ... Nee. Nee, weiß ja nichts von. Weiß, Knarre, Speisezimmer. Ähm. Nope. Hab ich noch nichts von gehört. Ja. Ich hab da auch nichts gesehen. Weiß, Knarre, Speisezimmer. Fragst du den Falschen. Wenn du mir jetzt eine Karte geben würdest, Liquid, ne? Ich hab da. Ja, ich weiß. Was? Aber was hast du? Echt jetzt? Ja, ja. Oh, das ist krass. Das ist richtig gut, ne? Hast du damit gerechnet, dass ich dir eine Karte zeigen kann? Nein, aber das wäre jetzt blöd gewesen, weil ich meine Frage versaut hätte. Aber damit bin ich back im Business, Leute. Das glaube ich nicht. Die Frage hat mir richtig viel gebracht. Oh, das ist gut, ey. Kannst du weiter machen, Nils? Ach ja, da war ja was. Wo liegen die Würfel? Direkt hier. Wo liegen die Würfel? Ach ja. Ich hab's ja auch nicht gesehen. Kann immer noch nicht. Ich mach das so. Oh Mann. Kleine Hände hat der Nils. Ja. Oh Mann. Eine Hände. Pasch gewürfelt. Immerhin. Damit musst du aussetzen. Ja, sicher. Jetzt sieht ich gleich aus. Moment. Der ist aber ein bisschen frech. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh, Nachbar. In der Garage könnte es sein, die gute... Ich selbst, ja? Gloria? Nein, okay. Mit dem Seil. Seil Garage Gloria? Ja. Also, ich weiß nichts davon. Tut mir leid. Ah, Nils, ihr habt da was. Oh, der Tauter weiß dabei. Gib mal rüber. Danke. Ich bin dir sehr dankbar für deine Hilfe. Hier. Ah, da kannst du wieder haben. Ja. Kann ich weitermachen? Oder? Wenn ich schnell genug schreiben oder tippen kann, dann bleibe ich da schuld. Ah, ist nicht da. Ist nicht da? Nein. Okay. Eigentlich sowieso, ich wollte... Warte, ich bin orange. Ich wollte eigentlich eh in die Küche. Ja, da brauchst du noch. Orange. Und ich nehme mal die Frau Weiß mit. Mit der Pistole. Du hast nicht, das ist eine doofe Frage. Das ist wirklich eine doofe Frage gewesen. Das hatten wir schon mal. Das hat die Scheiße nochmal zu... Darf als Detective Tipps geben, wie ich lustig bin, ja? Warte, war es jetzt... War es jetzt... Jedes Mal, du manipulierst die Leute, damit es keine Fall ist. Manipulier... War es jetzt weiß in der Küche mit der Knarre? Ja, jetzt bin ich in der Küche. Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau-Tau. Was, bitte? Du bist genau. Sorry, sorry. Ich habe gerade meine Notizen vertieft. Eine neun. Ich versuche mal das was zu Nikolaus' malen, die ganze Zeit. Ja, geht so aus. Ich gehe in den Speisezimmer. War in der Speisezimmer... Stell eine intelligente Frage. ...der Leuchter im Einsatz von Mrs. Weiß? Das finde ich ist eine interessante Frage. Aber die falsche. Kann ich den nicht beantworten, keine Ahnung. Denk dran, verkehrt wiederzugeben. Vielen Dank, vielen Dank. Bitte, bitte? Ich hoffe, es hat weitergeholfen. Ja, sie hat sogar. Wir können uns generell einfach gerne mal austauschen. Also wenn wir nur eine Karte haben, wir müssen wir uns austauschen. Ja, ja. Das war jetzt immer okay. Gut, dann würfel ich. Warte mal, da war eine 6. Das ist jetzt doof. Okay. Bleib doch da. Ne, ich gehe auf dieses Feld hier. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Oh, ich gehe auf die Mauer. Auf die Mauer, auf die Mauer. Genau das tut. Ja, die Karte hatte Tautau eben auch schon mal. Einmal neu würfeln. Super. Börfell, börfell, börfell. Oh, nee, er bleibt. Gut, perfekt. Dann komme ich doch irgendwo hin jetzt. Ich würde so 1... Wo bin ich denn? Da kommst du noch auf das Rote irgendwo bestimmt. Ich setze mich auch mal hier mit an den Tisch. Okay. Was investigieren wir denn heute? Du bist im Speisezimmer. Ja, ich bin im Speisezimmer. Ja, und Nils ist auf jeden Fall hungrig. Deswegen kommt die Frau Gloria auch mal mit hier rüber. Und ja, wir holen mal noch eine Waffe, das Heizungsrohr mit ins Speisezimmer. Also, Gloria, Speisezimmer, Heizungsrohr. Das ist die Frage. Gloria. Okay, nee, also weiß ich nicht. Habe ich nichts von gehört. Äh, da kann ich helfen. Oh, das ist gut. Alles klar, alles klar, weiß Bescheid. Gloria, Heizungsrohr Speisezimmer. Konnte da nur helfen. Ei, ei. Dann wollen wir mal weitermachen, ne? Blup. Na, das ist ja eine Klamour-Action von mir. Warte mal, ich kann nirgendwo hin. Nope. Das ist nicht meine Verbindung, die mir jetzt so eine Wanner drauf, oder? Könntest höchst... Nee, du könntest höchstens nochmal eine Frage stellen. Ja, mach ich auch. What the fuck? Ähm, dann nehmen wir mal... Moment, was habe ich mir denn aufgeschrieben? Alles klar, ich habe noch zwei Sachen, die unschlüssig sind. Ich nehme... Du hast nur zwei Sachen, die unschlüssig sind, das ist ja... Das ist gelogen. Natürlich ist das gelogen. Madame Biles. Da wird wieder durchgegangen. Mit dem Leuchter. In dem Spielraum. Äh, nee. Nee. Nee, nee, nee. Moment. Moment. Oh, Nils hat doch was. Hast du mir was gegeben? Ich habe nicht hingeguckt. Moment. Äh, war gerade am Schreiben. Alles klar. Dankeschön. Nils wusste ja... Solltest du deiner Mutter sagen, dass sie dich in Ruhe lassen soll. Wenn du spielst. Was? Ich habe gerade was aufgeschrieben. Du sagst meine Mutter. Ja. Das ist auf jeden Fall... Deswegen spielst du so gerne COD, ne? Du bist da auf der Seite. Das war eigentlich gar kein... Das war gar kein so harter Diss. Du brauchst gar nicht so anfangen. Ich habe gerade nicht zugehört. Du bist so unwichtig gerade. Äh, meine Mutter war gar nicht warm. Ich bleibe mal im Spielraum. Das nächste Mal rede ich mit deiner Mutter, mein Freund. Ich bleibe im Spielraum. Alles klar? Und frage... Nach... Gloria mit dem Leuchter im Spielraum. Äh, Gloria war rot, gell? Ja. Danke. Ah, weiß ich was. Lustigerweise habe ich mir das gedacht. Das hat mir zu gar nichts gebracht. Kannst du nicht was sinnvolles fragen? Hättest du eine Sache von denen weglassen können, dann hättest du überhaupt was gesagt. Ich muss ja wieder so ein... Ne, geht aber. Warte, was hast du gefragt? Ihr habt nicht aufgepasst. Ja, das ist ja... Gloria läuft dein Spielraum. Nils hat den Cut. Warte, das ist ein Sieben. Das ist ein Sieben, ne? Ja. Du bist im Spielraum. Danke, dass du mir schon mal die Würfel hinlegst. Das... Warte. Mach schnell. Mach schnell gerne. Interessant. Hm. 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 Interessant. Ich finde interessant. Ja. Kann mir denken, dass du das interessant findest. Ich würde nämlich gerne wissen, ob es in der Garage mit der Pistole der Herr blau war. sohle blau blau support wo ist die bumme ist die bumme der garage ich weiß da was ja lass mal sehen ja hast du das ist doch noch drüber ja sorry hätte ja sein können dass du habe ich jetzt richtig hingeguckt wenn ich hätte ich mir das würfeln sparen können denn ich möchte in den weise weisezimmer speiseraum speichraum hole mir wenn hole ich mir denn mal dazu ich frage einfach mal nach mir selbst was war ich selbst noch mal hier und mache das ganze mit dem seil also speiseraum gartoseil das ist eine interessante frage ich weiß nichts auf die ich keine antwort kenne habe ich da habe ich da gerade was bekommen ja und die dadurch ja jetzt wird es kriminell jetzt nach welcher person wurde gerade gefragt jetzt bin ich an dem punkt wo ich mir denke es wäre vielleicht gar nicht so verkehrt auch die runde in der was gefragt wurde aufzuschreiben ja das habe ich habe ich mir das habe ich mir jetzt gerade gedacht also jetzt durch dadurch ist eine gewisse aufgestellt worden ich frage mal mit der küche die ob da die pistole von blau benutzt wurde das ist auch interessant finde ich auch gut da weiß ich nicht muss ich irgendwie aus der karte da 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 danke bitte noch mal kurz notizen gemacht vielen dank also ich muss da wieder weg alter das ist zu viel zu viel kribbelkram eine zähne da kann ich nicht hin glaube du kannst du in die garage ja ja das weiß ich das weiß ich da werde ich auch hingehen so aber was wollen wir in der garage wissen oh komm schon jetzt stell eine gute frage liquid da sind noch ein paar feine fragen offen da du wieder ey wir nehmen dich gleich aus da schöne weihnachtsgartenzeit wieso denn nicht ich frage nach gloria und pistole in der garage gloria pistole garage gloria war gloria verzeiht rot 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 ok danke sehr wer hat denn die karte gegeben ich habe eine karte gegeben also direkt ok oh oh das ist auch interessant eine interessante aussage hä was dass ich direkt gegeben habe nein das mit dir nicht kann er das noch mal machen bitte das sah getrickst aus nein wieso ist das aber gut nochmal neu nur weil du nicht richtig wirbeln kannst ja da kommt der nächste Diss vorbei uh Füße hoch jetzt mal kam er flach reicht nicht ich habe ja auch schon versucht wo zählst du denn alter 1 2 3 4 5 6 7 8 was du hast 10 Fäder nein 2 Fäder sind die Stufen 3 Fäder ja klar 2 Fäder da verbrennst du hier brauchst du sogar 2 Schritte weil du musst ja hoch gehen noch ja aber was ist mit großen Leuten die gehen doch auch 2 Stufen auf einmal ja ich bin groß warum wolltest du denn eigentlich nicht in die Garage weil da schon so Party ist ja ja es sind 2 Autos und ein Motor das ist interessant also äh was nehmen wir denn mal ähm Moment was haben wir denn die heißen ja noch alle war ich es also quasi Blum ich bin ja Blum ne ich bin nicht lang Blum ja ja Blum nicht äh lass mich kurz gucken also ich habe Blum nicht auf meiner Liste stehen pack mit äh dem äh Dolch in der Garage ja lassen sie mich gucken gib mal die Karte endlich ich glaube ich bin raus scheiße äh ich hab Blum auch ein paar Mal glaub ich vergessen beziehungsweise einmal hab ich vergessen Blum wurde glaube ich noch gar nicht nach gefragt oder? danke ne aber trotzdem wirkt sich das ja auch auf andere Kombinationen aus Mann verdammt 4 warte wurde gerade eine Karte gegeben eine 4 ja dann kann ich nur hier bleiben bleibe hier und frage wo bist du Tano? ah da im 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 Spielraum er weiß ich immer da war echt beschissen das interessiert mich das auch ich frage eine Blum im Spielraum interessiert mich das auch sagt er auch ja im Spielraum mit oh Moment jetzt muss ich die Frage stellen warte 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 jetzt muss jetzt muss jetzt muss die Frage kommen ja und zwar frage ich Spielraum wo ist es wo ist es wo ist es das Seil jetzt gibt es nicht da Spielraum Blum Seil ich weiß ganz genau was du vor hast nein kann da nicht ich krieg dich sag ich dir ich hab dich gleich ich komm nicht auf die schliche Kollege hat Tato gerade eine Karte gegeben? ja 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 wundere du bist ah nein Dins sorry jo Mann die die Aussage von dadurch hätte mir was gebracht wenn ich mir aufgeschrieben hätte wann Dalu dadurch eine Karte gezeigt hat ne aber hab grad was Gutes auch gelernt aus der Frage das bezweifle ich ganz stark ah wieder so ein Rauschen im Ohr ich weiß auch nicht woher das kommt ich muss mal glauben die schlechten Kopfhörer die du hast ich hab deine Kopfhörer gesehen über die wollen wir mal gar nicht urteilen dein Farbgeschmack ist wirklich ein bisschen sehr feminin äh toll wenn der Karte Videos machen würde können die das disliken ey er ist immun da kann ich gar nichts machen oder Moment kann ich nicht so ein Geheimgang gehen äh ja dann kommst du in die Küche oder? ja oh pass auf geh in die Küche Küche die Küche ähm das ja das 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 ich hab da doch schön ich werde es rausfinden ich sage es war es war in der Küche ähm Gato mit der Leuchte wer ist nochmal Gato Lila ich Orange oder? Orange ja hier ich stell mich mal rein Küche Gato Leuchte Küche Gato Leuchte Aha ich habe keine Ahnung Aha ich hab nichts gesehen ist nichts wissen I don't know was was rief mir trotzdem weiter WTF geht sofort weiter würfel 1 2 erstmal eigentlich besparen können erstmal gehe ich hier wieder hin zurück ich bin gerade zum zweiten mal im speisezimmer die ganze zeit wir bleiben beim heizungsrohr wie hat denn leuchte vorher was ja der heizungsrohr liegt hier drin da und wir fragen nach hier blau nach wie heißt ports alles klar tau tau dann hilft mir doch direkt weiter wenn du da nichts gesehen hast das aufschreiben macht schon sinn moment 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 speisezimmer blau und und heizungsrohr das aufschreiben ist ja der oberhit wenn ich keinen fehler gemacht habe wenn du keinen fehler wobei die frage von nils davor für dich halt mega win war weil davor keiner was hatte und du halt selbst nur weißt was du davon hat es geht ab macht mal weiter hier hier kommen gas geben legt mir das auch nichts gesehen doch doch ich ich frage ob es ports also blau mit dem dolch tja mein lieber das ist jetzt total bullshit das ist richtig gut ey schwir macht hier noch mehr spaß als ich dachte ey ich schwirr detektiv warte was hatte ich hier aufgeschrieben nein 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 ich will auf jeden fall auch ins spielzimmer juhu den spielraum was fragst du jetzt schon wieder spute dich da lu spute dich wer macht jetzt eigentlich was habe ich was verpasst liquid hat mich ins spielzimmer geholt ja und das seil ist auch schon da und gloria braucht ne ne hab ich nicht der war schon da aber spielzimmer sei gloria dammit warte das hilft uns jetzt nicht weiter doch 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 das ist doch basic shit das sage freiwillig richtig das meine ich das ist basic shit als ich ins haus gekommen bin wusste ich dann schon das sei nichts das wusste ich dann nicht mal die karten verteilt ja ich wusste das noch nicht aber ich hab auch noch noch eine sache davon noch gar nicht gefragt gehabt beziehungsweise noch zwei sachen davon ich geh auf mein eigenes feld boop ah ja okay alles klar ihr dürft weitermachen das gefällt mir nicht aber abgeräumt mit ner vier komm ich wieder nicht weit jetzt muss ich das geschickt machen kannst du eigentlich nur zurück gehen also ich kann hier bleiben aber jetzt muss ich mir richtig frage stellen und zwar wird die richtig gut ich glaube die macht nie sinn ich glaube das ist eine verschenkte runde wo ist denn hier gato den hole ich erstmal da hinten weg ja damit wir alle auf einem fleck sind ja das ist die richtige frage jetzt will er mich hier na wer weiß nicht was du ich bin und dann äh bin ich mir ziemlich sicher dass mit der pistole ein mord begangen wurde im spielzimmer mit gato nils nein da weiß ich nichts ehrlich nicht spielzimmer gato pistole ich habe keine ahnung äh ja behalte die karte kannst du behalten schau doch er weiß was du da ja ja ich guck mal runter ah ja wie mir gedacht ich weiß auch was du da zeigen wolltest ich bin verwirrt aber okay das war wirklich ein verschenkter zug ja muss ich hatte eine vier gehabt ich kam nicht mal um ein eigenes Feld okay wo fehlt dir aber noch ach ja eine einzige frage fehlt mir noch aber das ist nicht einfach sieben da komme ich wieder nur eine sieben mit sieben komme ich in die garage ne zwei drei ja passt das wird ja auch wieder eine hitfrage ne also ich hätte gerne mal gesehen dass ähm ich würde gerne sprechen mit dem mit dem herrn gato wo haben wir den ja da der gato in der garage ob das nicht vielleicht ähm der herr mit äh mit dem leuchter gewesen ist ne jetzt langsam musst du dich was besser sein von lassen ja äh ich habe keinerlei ahnung ich habe auch nichts gesehen ja ich schon äh oh entschuldigung ja danke moment wusstest du das noch nicht ne das wusste ich nicht das konnte ich noch nicht wissen okay also garage gato und leuchter war die Frage ne das ist für mich jetzt auch nicht gerade aufschlagreich gewesen um ehrlich zu sein ich bin mir eigentlich ziemlich sicher dass ich da keinen Fehler gemacht habe musst du ja auch nicht warum was sollte dir das helfen weil ich bei einer Sache mir zu 105% sicher war wahr das kippelt wieder oder das kippelt ja das kippelt das ist absolut auf der Spitze mit 10 johann hof dort machen wir oder dort machen wir ich helfe wir nicht wurde ein mord begangen mit dem dolch von grün gato ne grün ist grün grün nachdem wurde noch nicht gefragt ich habe nur seine klamotten gesehen ich habe nichts gesehen ich habe gelogen ich auch nicht keine ahnung und wo sind wir durch grünhof äh nö keine ahnung äh nein äh ja moment vielleicht soll ich es umdrehen bevor ich es mir angucke moment 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 die kann man ganz liegen lassen die kann man ganz liegen lassen die kann man ganz liegen lassen blablabla blablabla was was steht da ich will sie mir angucken ja gut ja danke alles klar das hat mir tatsächlich sehr viel gebracht hier kann ich wieder nehmen dankeschön ähm ich bin gell mhm was ist wenn ich gar hierbleiben will gato äh fragen will mit der rohrzange geht das auch ohne zu würfeln ja 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 gato rohrzange keine ahnung keine ahnung äh nein moment wir sind wo sind wir im Hof der rohrzange der umd gato das hat mir auch gerade richtig viel gebracht wuhu mhm mhm kippen wir wieder rüber jep ok 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 ja so machen wir das ja also bitte eine 8 wo komm ich denn mit einer 8 hin sind bei mir ja doch lol jetzt sind schon eine 8 jetzt so 8 und mir das nur mit drüber gehen mhm also mit windows markieren mhm ich gehe wieder auf die seine rote fällt 1 2 3 4 5 6 7 8 wird's interessant darf ich ne warte noch warte noch ähm ja spiel so direkt aus kann meinen Wurf um plus 6 erhöhen gehe dann auch in den Hof ok jetzt alle hier in den Hof gehen ja man die frische Luft ja wir standen jetzt so lange darin rum dadurch schaffst du eine Kippe für mich klar schmeiß ich dir rüber danke kein Dingmann hast du Feuer ach hier bin ich Raucher um Gloria so aus dazu zu rauchen ja eigentlich schon ja auf jeden Fall ja Gloria so schon mal Blumen noch dazu ja äh jetzt sind wir alle da ja eben ganz genau mit welcher Waffe äh das ist eine gute Frage und äh den Leuchttur wo haben wir den denn ah hier direkt ist neben dran den Hedgehog den hast du dazu geholt äh Blumen also Lila ok äh ich weiß es nicht ne keine Ahnung jetzt will ja auch eine Karte von Dalu haha haha ah ok ja hm das hilft mir alles nicht aktuell hehehe boah super gemacht hilft mir alles nicht 7 ich glaub Dalu wird schneller sein nee ich ich vor vor vier Zügen oder sowas hab ich gedacht ich wär weiter als ich jetzt im Endeffekt bin wenn ihr jetzt ne Killer-Folge macht dann hab ich ne Killer-Frage so Gato ähm mit ganz kurz wir sind im Wohnzimmer ne ja wir sind im Wohnzimmer ähm wir nehmen das Seil und bitte Gato Wohnzimmer Seil Gato oder was weiß ne ne ok ne ne achso nils hat eben ne gesagt ich hab ne nils hat ne gesagt ich sag aber auch ne Tauta sag auch ne ich mach bei diesem Gruppenscheiß nicht mit ich sag ja was hast du denn so schönes das war das erste was ich herausgefunden hab das war das erste was ich herausgefunden hab mhm danke aha wieder ne vier ich komm wieder nicht weg ich kann wieder hier bleiben ich muss jetzt wieder ne gute Frage stellen seh dich nie immer noch im Spielzimmer schon seit acht Runden das äh Spielraum Pistole wer noch das letzte ich hab noch nichts letztes gesagt achso achso ok schön äh und grün ja hier müssen wir was zu erzählen ja weiß ich ich wollte nur nochmal sicher gehen egal ja bei dem letzten es war klar ja also dass das für dich nichts Neues ist war wusste ich egal egal was du da genommen egal was du da genommen hättest es war klar was dabei passieren muss aber nichtsdestoweniger ja die Lösung noch nicht Problem ist da du verschenkt die Runden gib mir was heißt denn verschenkt die Runden ich hab hier keine Killerfrage Würfel halten um Müll kannst du mich aber in einen anderen Raum ziehen 3 4 5 6 ich geh mal hier auf das rote ist das ja das spiel ich sofort aus das ist mein Wuppen 6 erhöhen die hat's auch ich ähm komm zu mir begeb mich mal raus zu dir und würde gerne mal folgendes wissen im Hof war das möglicherweise der Herr ja pass auf das war wir wollen na das war der Herr Blumen das war der Herr Blumen mit äh mit der mit der Rohrzange ich habe keine Ahnung ich hab nichts gesehen ich auch nicht wen hast du Blumen Rohrzange Hof ja äh I don't know ne keine Ahnung ah das war klar ja ah danke jup so äh wo da sind die Würfe bekomme ich die beiden ohne was anderes ja sieben sieben neun vier fünf sechs also schon wieder Hunger der Kerl ich hab immer Hunger kennt man mich es war sports ey was heißt ey mit dem Dolch im Speisezimmer ich hab nichts gesehen ich auch nicht äh ich auch nicht okay danke ja nur an die Griffel hier weg Nils geht euch hier gar nichts an die Hand so ganz unerfällig neben mir also ich bin ja eine Acht eine Acht ähm wo steh ich gerade ah da im Spielraum ne ja genau ich komm hier nirgends hin wo ich hin will in die Garage kommste ja was hm ja muss ich halt in die Garage ja ähm in der Garage jemand mit dem Dolch der war eben hier mit dem Dolch von ähm oder ich hab Blum das ist Blum ne das war Ports Violet war Ports nein das ist Blum das ist Blum Ports ist blau ja was war die Frage hä der mit Ports als Violet anzeigt das nein guck doch mal rum Blum ist hier oben links oben also der ganz links stimmt Blum jetzt macht er was liegt mit dem Ort ist in der Garage mit dem Dolch so ne doofe Frage Mann das bringt dir so gar nichts nein das war so doof nochmal war die wichtig nein du hast ne Karte bekommen du hast ne Karte bekommen ja war nochmal ganz gut war ich Idiot war ich Idiot ja das wusstest du doch schon das wusste weißt jeder ja ja ich weiß ah das war ich glaub ich hab dir auch mehr als einmal Fastied im Spiel gegeben ja ich hab ganz vergessen dass du die hast und du durchs den nächstes dran bist ich Idiot weißt du die Runde 1 8 aha 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 ok ich geh in die Küche warum auch immer ich außen rum gegangen bin ähm und ich frage nach dem Nils nach der Gloria mit dem Dolch Küche Dolch 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 Gloria Dolch Küche Dolch Küche Dolch Küche Dolch ich hab keine Ahnung ne ja ich rechne auch mit ne Karte von Dolch ja ok witzig ja witzig ja jutt ne 8 hm 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 hab ich eine Sache komplett übersehen give me give me Rap Card danke sofort ausschmieren äh Zusatzfrage fragt nach einem Verdächtigen einer Waffe und einem Raum lass deine Spielfigur und die gefragte Waffe dort wo sie sind sofort ausschmieren du darfst einfach eine extra Frage einfach nur Fragen nach einem beliebigen Raum aber ohne dich zu bewegen genau und alles liegen lassen wie es ist ja genau ok oh das ist gut warte mal lass mich ganz kurz überlegen das ist gut könnte uns alle weiterbringen ja könnte ja so wenn ihr die Frage richtig stellt ja jetzt versau's nicht dadurch das Problem ist ich befürchte wenn er richtig fragt kann Dalu oder Nils nach lösen nein ich habe einen Fehler gemacht von also einen der sich lange durchgezogen hat ich frage nach Küche Gato Rohrzange das war so eine doofe Frage das war so eine doofe Frage das war so eine doofe Frage die war wirklich sinnlos auch für dich dank nein war sie nicht für mich ja doch das hätte ich sie nicht gestellt natürlich das war total sinnvoll sorry das war einfach dämlich oh ich darf mich wieder nicht bewegen nice dass er dir das andere nicht gegeben hat das war klar das kam gerade vor ein paar Runden bei einer Frage von mir schon durch ja das war's ja ich weiß man muss sich halt auch manchmal notieren was nicht gezeigt wurde ich frage nach dem Deutsch im Spielzimmer wie immer wie schon seit 800 Runden äh und ob äh hier kannst du wieder zurückkommen haha Lila ist wahr du bist ein Wichser ja hättest du eine bessere Frage gestellt ja für mich war sie gut also aber nicht äh äh wer ist denn nochmal Lila? Lila ist Bloom oder? Dolch oder Spielzimmer oder Bloom war ich jetzt ein endgültiges Nein Nils oder? war ein Nein das war ein Nein okay gut das hatte ich so nicht ich weiß da was warum weiß denn der Kunde daran aber jäm so ich ich bin mal Raum sicher Waarom ist alles mal dumm irgendwann in die Runde bye naja gut pass auf Ah, sechs. Wo stehen wir denn? Ich muss warten. Du bist Küche. Hm, Küche. Ich gehe mal in ein Speisezimmer. Wie geht das denn? Und frage, ob das im Speisezimmer mit dem Leuchter der Herr Gato war. Muss ich antworten oder weißt du es auch so? Nee, weiß nicht. Aber ich will die Antworten hören nochmal. Ich weiß nichts. Liquid? Weiß auch nichts. Keine Ahnung. Aber du? Speisezimmer, Gato und irgend so was anderes. Ähm, was war denn nochmal? Die Leuchte. Sehr schön. War trotzdem Quatsch, Nils, und das weißt du auch. Es gab noch eine Möglichkeit. Eine, eine Möglichkeit. Aber jetzt weiß ich's. Du kannst es im Ergebnis nicht wissen. Nein, aber es ging um, äh, um diesen Raum. Hä? Und um alle anderen Räume. Ja, natürlich geht nur noch um Räume. Und ran, du bist dran. Das Problem ist, das Problem ist, dass wir es alle wissen. So, und der, der da jetzt reingeht und dann die Frage beantwortet, der kann nicht ausmachen. Aber du könntest dich doch mal langsam dahin bewegen. Ja. Also alle wissen das nicht, Konrad. Kann ich auch. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Nein, nein. Da komm ich nicht drauf. Sieben, acht, neun, zehn, elf. Nein. Nee, das geht, das geht in dem anderen. Du musst bestimmt schon. Sieben, acht, neun, zehn, elf. Nee. Das geht echt nicht. Doch, das geht. Eins, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, sieben, zehn, zwei, acht, neun, zehn, elf. Da komm ich hin. Das wäre ein anderer Muster, wäre das gewesen. Okay. Habt ihr nachgezählt? Ja, ja, ich auch nochmal. Ja, ausnahmsweise. Das ist die einzige Foto. Okay. Stille. Darfst du aufheben. Damit geht's weiter. Ja, nice. Die kommen wieder. Keine Angst. Keine Angst. Vor allem hier an der Kante losgelassen. Wo soll die hinrollen? Sechs. Och, man. Okay. Ja, ich gehe auf das eigene Feld. Wenn dir. Ja, da hat er schon eine gegeben. Da hat er eine gegeben. Oh. Oh. Ähm. Ja. Ja. Direkt, ähm. Zeig diese Karte einem beliebigen Mitspieler. Sorry. Scheiße. Ja, aber er muss, er muss, er muss, er muss, er muss sowieso aufkommen, oder? Er muss alle seine Karten zeigen. Eine. Eine. Er muss allen eine zeigen. Ja. Ja. Ja, okay. Und wer? Äh. Nils. Toll. Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist so, das ist so nice. Gefällt mir. Hier. Guck mal. Boah, nee. Boah. Boah. Boah, geil. Nils hat den Hof. Das hilft mir. Wartet. Wartet. Alles über den Haufen werfen. Da hat nie einer was gemerkt. Lass den Arm tauchte doch mal in Ruhe, ja? Ja. Ja. Der hat doch wahrscheinlich was gebracht. Wer weiß, was er so gesehen hat, vielleicht hat sie mir sogar was gebracht. Ich hab glaube ich auch nicht, was ihr habt. Ja, ich auch. Eine, sechs. Hast ja immer noch ein bisschen die Karten drin, die nur du gesehen hast. Das heißt, ein bisschen Informationsvorsprung kannst du ja haben. Oder Rückstand. Ja, eher das. Ja, gut. Geh einmal hier drauf. Jetzt gehen sie alle nach diesen Karten. Ja, jetzt kommen wir jetzt weiter und in den anderen Räumen. Das Problem ist ja sogar, dass wenn du nach da oben gehst, brauchst du zehn, mindestens eine zehn, um runterzukommen in den Lösungsraum, ey. Die Karte, die ich dadurch vorhin hatte, darf ich einfach fragen, ohne irgendwo rot zu sein. Und es bleibt doch alles, wie es ist. Aber beispielsweise das mit dem Hof wusste ich auch nicht zu 100%. Ach echt? Was ist denn deine Frage? Ja, die überlege ich gerade. Also, ich könnte damit eventuell allen helfen, jetzt so ein bisschen. Ja. Aber wir fragen einfach mal nach dem Arbeitszimmer. Und ich würde gerne nach dem Leuchter dort fragen, ob der im Gebrauch von mir war, also Ports. Eine Kackfrage. Ja, das ist eine Kackfrage. Was? Arbeitszimmer, Ports, Leuchten werden? Ja. I don't know, keine Ahnung. Nein. Ja, Moment. Wie schön? Jo. Radosch. Warte mal, aber müssen wir die, ach, musste man die Sachen da dann nicht reinstellen zumindest? Alles bleibt wie es ist. Alles bleibt wie es ist. Alles bleibt wie es ist. Ich habe mir das auch gedacht, aber... Hatte es einfach nicht bestätigt. 1, 2, 3, 4, 5. Ach, Mann. Wir spielen doch Eno. Ja, da kommst du drauf. Ups. Das ist mein Markier. Och, Mann. Was ist jetzt eigentlich passiert? Weiß noch nicht. Er hat so eine Karte gekriegt. Ja, warte. Warte, die geht an... Ach Gott, ey. Das ist scheiße geil, wenn ich diese Karte... Na, willst du lesen? Das scheiße geil, wenn ich diese Karte gebe. Ey, bleib da. Ey, ich zeig sie. Hier, Tautor, leg mal eine Karte auf. Ach. Ja, das ist irre, wenn ich die gebe. Tautor, du musst eine Karte aufdenken. Alles klar, toll. Dankeschön. Okay. Okay. Ich geh gleich einfach in die Mitte und rate. Aber das war... Da muss man Tautor jetzt allerdings lassen, das hat er jetzt gut gemacht. Also, ich wusste Gloria doch. Also, ich weiß, was Sache ist, aber ich hab die Karte noch nicht gesehen. So, ich geh in die Mitte. Oh, shit. Okay. Warte, er das nicht... Ihr dürft auch keine Reaktion oder sowas zeigen. Also, ich werde das lesen. Also, ich sage, es ist Gatoff mit der Rohrschange im... Trommelgröbel. Im Badezimmer. Nix sagen, Leute. Bin raus. Ich könnte jetzt das gleiche versuchen. Aber du musst doch Karten zeigen, oder? Ja, ja, klar. Ja, ja. Also, ich bin... Ich muss doch meine Karten zeigen, wenn du gefragt. Äh, ne neun. War risky, risky. Los, war ein YOLO. Auf Nils. Ich könnte jetzt durch YOLO'n. Wenn du es nicht machst, mach ich jetzt. Ah, ich weiß, komm. Ich YOLO das Ganze auch. Ich sag, es war Gatoff... Moment, ich muss die erst nehmen, oder? Nee, nee, erst nehmen. Ja, ja. Sagst du's bitte. Ich muss die mal einfach gucken. Ich muss doch erst ablesen. Sag erst. Ich sag, es war Gatoff mit der Rohrzange im Arbeitsraum. Nein. Nein, musst du nicht gucken. Ist nein. Sicher? Ja, sicher. Oh, das ist scheiße. Nein. Fuck. Dann ist es das Angriff. Warte, jetzt brauche ich eine Vier. Wenn ich unter eine Vier würfel... Es ist die falsche Waffe, Nils. Oh. Damit hat keiner gerechnet. Ah, jetzt hat Komaidad gewonnen. ...Gato. Mit der Rohrzange im Schlafzimmer. Ja, ja. Oh, ihr Blöden. Das ist eine 50-50 Chance. Ja, eben. Ich hatte 33. Ja, ich hatte eine 50... Ich hatte jetzt... Ich hatte auch schon eine 50-50. Nein, du hast abgestaubt. Du hast abgestaubt. Ja, ja. Nein, jetzt hatte ich... Jetzt war 100%. Aber das hier wusste ich bei Dalu zumindest schon. Ah, okay. Und Choutau hatte halt das andere Zimmer. Also, ich wusste fix, dass es die Rohrzange erwies. War mir noch unsicher bei Blum und Porzner zusätzlich. Blum kommt man einmal wissen, als irgendwas durchgegangen ist und nur Dalu eine bestimmte... Also, wo alles klar war und Dalu eine bestimmte Karte gezeigt hat. Ach man, beim Gambling kein Glück, ey. Man hat sich mal gepinkt. Das staubt ja ab. Und Kondran staubt ab, ey. Ja, aber wer zuerst nach oben gegangen wäre und eine doofe Frage gestellt hätte. Ja, aber... Absolut. Gut. Man muss sagen, das war eine... Das war eine doofe Runde, weil wir am Ende wirklich nur noch um diesen einen Raum gewürfelt haben. Weil auch keiner vorher zum Raum gegangen ist. Das Problem ist, mir ist zu spät eingefallen, dass sie das Badezimmer... nicht wusstet, dass ihr eine 33% Chance hattet. Weil ich hatte ja das Badezimmer, ich hatte eine 50-50 Chance. Das heißt, wäre ich hochgegangen, hätte ich dann das eine Zimmer ausschließen können. Und ihr hättet immer noch eine 50-50 Chance gehabt. Also, ich muss sagen, ich hatte vielleicht eine... Sagen wir, eine 55-prozentige Chance. Ja, anstatt... Nein, sagen wir, ich hatte eine 40-prozentige Chance gehabt. Tautau hat ja am Anfang eine Karte gezeigt, die ich nicht gesehen habe. Ja, du kannst ja schnell gar nicht gucken. Aber du hattest Farben, so... Du hattest so ein... Du hast eine Sekunde ein Bild gehabt, so ohne, dass ich es deuten konnte. Und ich weiß, dass es nicht das Badezimmer war, was er hatte. Das wusste ich. Ich hätte deswegen... Er hatte ja den Spielraum. Ja, ja. Nein, nein, nein. Nee, die Karte, die er gezeigt hatte, war das Arbeitszimmer. Also, meiner Meinung nach hatte er Arbeitszimmer oder Schlafzimmer. Ich habe nie jemand das Arbeitszimmer gezeigt. Ja, doch, allen. Am Anfang der Runde. Ja, stimmt. Man hat ganz kurz Farben... Das habe ich aber nicht gesehen. Ja, ich habe es auch nicht gesehen. Das war die Karte, wo wir darüber diskutiert haben, ob die wer gesehen hat. Ich habe sie nicht gesehen. Ich wusste nicht, welches Zimmer das war. Du hast nur halt die obere Karte gesehen. Das Einzige, was ich halt gesehen habe, ist, war nicht das Badezimmer, weil es ist super weiß. Ja, also, wenn ich die Karte... Guck mal, was hat das denn noch für Karten? Hätte ich gewusst... Ich hatte noch Ports und den Dolch. Und ich hätte mir jetzt hier auch die Anzeigen lassen können, die gezeigt worden ist. Ja, aufgeschrieben habe ich mir das so, also für die Zuschauer. Der Liquid Wohnzimmer, so eine Garage. Dadurch war, irgendwie nach drei Runden wusste jeder, was dadurch für drei Karten hatte. Das Letzte, was ich, also außer dem Zimmer, was halt bis zum Ende gefehlt hatte, war zwischen Gartor und Grün. Ja, genau, das... Nee, das wusste ich. Also, Gartor und Grün, ich wusste von Grün noch nichts. Ich kannte auf jeden Fall nur nicht, also ich kannte von jedem mindestens zwei Karten, aber, ähm... Also, ganz am Ende hatten wir nur noch... Die Letzte von Tautor und von Kunan haben mir gefehlt. Ja, mir auch. Ich hatte auch eine von... Also, ich hatte zwei von Tautor und von Kunan. Also, ich hatte weiß, hatte ich nie gesehen, das wusste ich aber. Grün habe ich von Nils nie gesehen, das wusste ich aber. Und, äh, mir fehlt jetzt eigentlich... Also, ich habe hier alle aufgeschrieben, außer die Letzte halt von Tautor und das Zimmer. Das ist, was mir gefehlt hat. Ja, da mussten wir... Das war eine komische Runde. Nächstes Mal muss man sich vielleicht mehr auf die oberen Räume konzentrieren am Anfang. Mhm. Dass das nicht überbleibt, dass jeder so weit kommt. Aber, Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne liken lassen bei den anderen vorbeischauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann und ciao. Haut rein. Tschüss. Euch hat's gefallen, ihr möchtet mehr sehen, dann links oben, Kanal abonnieren. Links unten gibt's geil Merchandise vom Kanal, von anderen Leuten. Und rechts seht ihr zwei andere Videos. Könnt ihr gerne anklicken, reinschauen, Spaß haben. Ansonsten, danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Bis zum nächsten Mal.